Wir müssen, ich sag mal, die Bildung von bestimmten Parallelgesellschaften nach Staatengruppen auflösen. Wir haben die Diskussion über die sogenannten Maghreb-Viertel gehabt. Also da müssen wir sagen, jeder, der zu uns kommt und integriert werden will, der muss sich aber auch der Gesellschaft öffnen. Und die Gesellschaft muss die Angebote machen, dass es den Menschen auch leicht fällt. Untertitelung. BR 2018